hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video heute geht es um frühförderung motorische körperliche förderung von kleinkindern und dafür möchte ich dafür möchten wir also ich mache dieses video nicht alleine drei übungen mit auf den weg geben die ihr zu hause mit euren engelchen machen könnt und dafür hole ich mir einmal den hallo philipp boy einmal vorstellen ja mein name ist philipp bin ehemaliger profisportler papa und deswegen mir die bewegungsförderung von kindern schon doch sehr am herzen nicht so tief stapeln bitte er ist zweifacher vize weltmeister und mehrfacher europa welt europameister im turnen und turnen ist eine ganz tolle ganz körpersport hat und ich muss sagen wir sind nachbarn unsere kinder spielen zusammen ich habe unglaublich viel von philipp gelernt wenn es darum geht kinder früh zu fordern und ihr wisst ja zwei meiner kinder sind im leistungssport aktiv und ein nachwuchs ist schon auf dem weg ja und da habe ich einfach so viele tipps von philipp in den letzten jahren bekommen und die möchte ich unbedingt an euch weitergeben denn in deutschland ist es ja nicht so dass es vereine gibt wo kinder mit drei schon gefördert werden können oder sondern das ist ja wirklich bleibt den eltern überlassen was natürlich sehr schön ist aber was natürlich auch eine kleine aufgabe sein kann und wir haben ja gerade wieder eine schwere zeit hinter uns wo es heißt das bewegungsangebot ist jetzt nicht so riesig die vereine mussten schließen draußen war es nicht erlaubt zu spielen zu spielen ja kleinkinder sollen ja spielen und da wieder richtig schönes bewegungsangebot zu schaffen ich glaube darauf kommt es an denn kinder sind einfach von natur aus sie wollen sich bewegen ja und wenn man dann von manchen schulen hört sie kriegen es gar nicht mehr hin richtig rückwärts zu laufen oder eine rolle soll verboten werden treppensteiger leute wo kommen wir da hin und man kann es wirklich mit ganz einfachen übungen zu hause zusammen mit seinem kind halt machen das ist auch ein kleines eltern kind workout ist dann kommen die eltern auch nicht drum herum da mal ein wenig sport zu machen und ja da es geht ja im grunde dann darum dass kinder diesen normalen natürlichen bewegungsdrang die rolle vorwärts seitwärts wälzen springen klettern was gibt's noch alles hangeln balancieren dass das gefördert wird und das durch ganz ganz einfache übungen und da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen aber nicht nur drin sondern auch draußen wenn ihr mal raus geht in die wälder oder lasst die kinder einfach kinder sein und diesen natürlichen trieb halt die machen das ganz intuitiv die kinder toben und spielen lassen das ist die eine sache und jetzt reden wir in dem video heute drüber und zwar hat der philipp drei übungen die hat er mir für meine kinder gegeben und die teilt er heute mit euch es sind wirklich drei simple sachen für zu hause einfach für den alltag für zwischendurch und das schöne ist sage ich euch auch gleich das könnt ihr mit euren kindern anfangen zu machen aber ganz bald machen sie es dann unter sich oder mit sich oder alleine weil die das so toll finden und dann sind wir als eltern auch wieder ein stück weit raus und können weiß ich nicht kochen oder oder uns anders werde ich beschäftigen während unsere kinder also mein kleiner mach deine übungen nach er macht sie einfach gesagt dann sagt dann holt er dich dazu und sagt so jetzt machst du das und das richtig da war das sehr schön zu hören und kinder wollen abgeholt werden und gerade wenn man die bewegungen in geschichten packt dann ist das auch noch was spannendes also entweder geschichten oder kleine wettbewerbe das ist das was mir in den letzten jahren aufgefallen ist wo kinder einfach auch dabei bleiben wo sie bock drauf haben wenn es mehrere kinder sind eigentlich fast immer kleine wettbewerbe rein machen dann sind sie motiviert weil jeder will gewinnen es gibt noch ganz wenige ausnahmen wo es nicht so ist und deswegen mache ich das ganz gern so zur erwärmung nennen es mal nicht eine erwärmung sondern für die ersten motorischen fähigkeiten sport muss spaß machen und da eignen sich wirklich die tiervergleiche halt super und die kinder sollen auch die geräusche nachmachen sollen sie das richtig wie so ein wie springt der frosch dann sollen sie halt auch quaken oder wenn es strecklich wie eine giraffe dann wirklich so groß machen wie es nur irgendwie geht und auf die zehenspitzen ist auch schon ein kleiner balanceakt oder wie schleicht der tiger im käfig hin und her sie sollen richtig die geräusche nachmachen und dann wird man sehen wie die ab lachen ja dass das ist so herzlich zu sehen und nicht nur das kind lacht sondern auch du lachst weil du manchmal sagst ach jetzt komme ich mir aber richtig doof vor aber das ist überhaupt nicht so oder auch so diese kreativität die den körper bringen wie geht die schlange über den boden dann machen die das ja und es ist auch anstrengend erstens ist anstrengend und zweitens du hast so einen blick okay wie geht der krebs ja dann geht man quasi auf die hände den hintern hoch und man läuft vorwärts und rückwärts und auf einmal machen was ganz anderes dann assoziieren die mit dem krebs der geht seitwärts und dann laufen die auf einmal seitwärts hin und her sieht goldig aus wenn du das das erste mal machst und wie gesagt wir damals im ton wir haben sogar krebs fußball gespielt ja wir waren auf dem boden und da mussten wir immer auf allen vieren hintern hoch und dann vorwärts rückwärts und schießen das ist natürlich so motorisch anspruchsvoll dass du vorwärts rückwärts und das halt mit allen gliedmaßen die du irgendwie hast das macht aber so viel spaß und ich glaube das kann jeder einen kleinen ball und wenn du wenn ihr zwei kinder habt lasst die kinder wirklich da im im kinderzimmer dann halt ja krebs fußball spielen naja und spaß ist ja ein ganz wichtiges thema und da haben deine trainer auch viel richtig gemacht einfach weil du bist ja bis zum schluss beim sport geblieben und das passiert ja nicht ohne spaß also spaß ist an der bewegung ist glaube ich somit das wichtigste für kleine kinder um sie einfach für die bewegung zu begeistern wobei sie auch von hause aus die begeisterung in sich haben aber das zu behalten und dann auch freude weiter im sport zu haben das ganz ganz toll also da sind wir dann auch schon beim zweiten thema die balance ist ganz ganz wichtig dann sollen sie sich wirklich einfach mal auf ein bein stellen und mit den arm kreisen vorwärts und rückwärts oder die gute alte standwaage ja man kann ja noch so fancy ausdrücken wenn man will es bleibt eine standwaage und für die kinder für die kinder ist es dann der flieger du lernst ja auch das fallen dadurch wenn du die balance verlierst dann stützt du dich ab und du kannst viel kontrollierter hinfallen und das ist halt unfallprävention schön dass du das jetzt ansprichst weil kinder müssen ja ihren ganzen körper lernen einzusetzen es hat ja eine funktion es ist ja nicht dass der sport an sich nur ein als sport steht sondern er steht ja für einen gesunden körper und vielleicht auch so dass der gegenpol zu den kindern die viel nicht dürfen die immer gesagt bekommen pass auf vorsichtig nein du darfst nicht du darfst nicht balancieren du darfst nicht dieses und jenes machen weil die eltern angst haben dass sich die kinder wehtun und das gegenteil ist eigentlich der fall kinder die viel dürfen die sich viel bewegen dürfen viel balancieren dürfen die verletzen sich auch weniger weil sie spielerisch geübt sind zu fallen wie du es gerade gesagt hast weil sie spielerisch geübt sind die balance zu halten dass das zum einen das unterschreibe ich zu 100 prozent wir wir sind wesen wir wollen uns bewegen und wie wir uns bewegen manche ein bisschen weniger manche ein bisschen kreativer völlig egal hauptsache bewegung ist im alltag drin und da muss man einfach wieder ansetzen weil es wird immer weniger denn wir sind natürlich dazu verleitet dass ein gameboy dass ein ipad dass ein fernseher oder sonst irgendwas und mir braucht niemand erzählen dass e-sports dass das tatsächlich gleichzustellen ist wie körperlicher sport und sehe ich genau wie du das ist halt traurig die entwicklung weil auch die die großen verbände sehen auch jetzt oder erkennen e-sports als sport an ja und das dritte super wichtige themenfeld ist halt die hand auge koordination ja mit bellen werfen schießen fangen in allen variationen was es nur irgendwie gibt und das ist glaube ich schon mit das anspruchsvollste von allen anderen weil man kann zwar trotzdem spielerisch vermitteln aber das andere da hat man noch so quasi mit dem vergleich mit den tieren da da kriegt man noch ein bisschen mehr spaß rein hier ist es dann halt wirklich mit bellen zum beispiel von links nach rechts werfen fangen oder über den kopf auf einem bein stehen und in dem ball werfen und da sind wirklich der fantasie keine grenzen gesetzt aber eben das noch spielerisch zu verpacken ich denke das ist dann jedem elternteil selbst über lassen ja bei vielen kindern ist ja das mit dem ball von alleine die haben immer einen ball an sich dran lieben bälle fühlen sich hingezogen in jeder variante bei manchen kindern ist es aber nicht der fall also meine kinder haben sich jetzt zu bellen nicht so hingezogen also nicht nicht alle nicht alle gleichermaßen zu bellen hingezogen gefühlt da ist das dann ganz oft da wird diese hand auge koordination richtig wird dann also das bedeutet ja eigentlich dass zwischen das nicht die hand direkt die koordination ausführt sondern der ball dazwischen dass eine vermittlung dazwischen ist ein gerät dazwischen ist das kann auch beim badminton ist sogar noch der schläger dabei das ist dann doppelt herausfordernd nun sind unsere kinder sehr klein aber immer wenn es darum geht etwas zu werfen kuscheltier zu fangen das muss ja nicht immer zwingend ein ball sein aber dieses dass dazwischen ein gegenstand ist und das ist glaube ich ganz ganz wertvoll ja weil man ja auch ausrechnen muss hey wie ist eventuell die flugbahn wo muss ich noch mal das ausgleichen was für uns selbstverständlich ist müssen die kinder ja erst noch lernen auch wenn sie schon intuitiv drin haben muss es gefördert werden und deswegen mal den ball zu werfen oder kuscheltier mit dem ball kann man auch einmal aufkommen lassen und dann fangen und da diese ganzen variationen reinzubringen die freuen sich sowas von dann haben sie nur gucken große augen und sagt cool hat geklappt und das ist für mich in meinem von meinem verständnis her so wird das dritte wichtige thema schön ich finde da waren jetzt drei echt coole unterschiedliche bereiche drin und ich finde es auch toll wenn wir als eltern da einfach noch mal die diese diese bewegung grundsätzlich verstehen und da ein bisschen unterstützen können und da den spaß auch bei haben ja und habt keine ich habe keine angst davor irgendwas falsch zu machen ihr könnt nichts falsch machen wenn ihr im dialog mit den kindern seid die geben schon das ist ein gutes feedback system das kleine kind die sagen wir schon ich habe da absolut keinen bock drauf oder nicht dann abhaken vielleicht das nächste aber irgendwie eine initiative starten dass eben die kinder wieder in die bewegung kommen und ich glaube dann sind wir wieder auf dem richtigen weg dass die letzten die die zeit wo leider sich nicht so viel bewegt werden konnte dass der wieder wettgemacht wird und ein video hatte ich zu dem ganzen thema auch mal gemacht da könnt ihr dann auch mal vorbeischauen gerade was die tiere angeht wenn ihr da eine inspiration braucht da habe ich einmal ein eltern kind workout auf youtube gestellt gehabt ich verlinke das gerne ich habe aber auch nur eins gemacht ja war cool also ich verlinke deinen instagram account direkt drunter und das video musst du mir den link schicken mache ich auch rein so wir sehen uns nächsten freitag wieder toll bis dann tschau tschau danke philipp